Hey Leute und willkommen nach einer kleinen Pause. Ja, tut mir leid Leute. Kommen wir zurück zu einer Folge Ag Wars. Das ist ja, im Hintergrund ist es ein bisschen laut. Zu einer Folge Ag Wars und ich bin heute nicht alleine. Nein, heute ist es nicht der Luxus, der dabei ist, sondern der Diamond Daniel PvP. Hallo. Ich entschuldige mich, wenn er vielleicht ein bisschen leise ist, weil... Ha Gott, ist das laut! Wenn er vielleicht ein bisschen leise ist, aber ich hoffe, wenn es geht. Wir sind auf dem play.cubecraft.com-Server. Und... Ja. Wo bist du jetzt schon wieder? Hallo? Ja. Wo bist du? Lobby 9. Äh, Lobby auch. Lobby 9 10. Okay. Team. Team. Ja, ich höre noch. Lobby 9 10. Ich sehe mich ja nicht. Ah, hallo. Ja, das Gin sieht komisch aus, weil er hat einen Hut auf. Hier wissen Sie ja auf. Naja, man kann hier verschiedene Hüte aufsetzen. Da hat er halt gerade einen auf. Ich warte. Ich warte. Also. Dann gehen wir mal Forest oder Kingdom. Geh Kingdom. Hier drüben. Ne? Wo bist denn du? Bei Kingdom. Ah, ich bin bei der 16er Runde. Ah, hallo. Gehen wir. Team. Team Yellow. Schnell noch. Ja, hier hat man noch Kids, aber wir haben noch... Also ich und er haben noch keine Kids. Leider. Ja. Da. Aber, da kann man hier... Bitte, bitte mach noch irgendjemand Triple Health. Das wäre so geil. Da hat man dreifache Herzen. Ähm... Auf jeden Fall, das ist eher was, das heißt, man hat... Speed Bad Wars und was man halt kein... kein Bett hat, sondern ein Ei. Was man beschützen muss. Wenn es abgebaut wird, kann man auch nicht mehr respawnen. Ach, geil. Geh weg. Ich will auch... so, man. Auf jeden Fall, ja. Eigentlich Bad Wars. Nur halt mit Iron. Und... Man kann eine Eisenrüstung haben. Ja. Und es gibt also hier auf dem Cube Craft Server gibt's mehrere Möglichkeiten. Das heißt, man kann dreifache Herzen, zweifache Herzen haben. Oder man kann overpowered Items, das heißt, man hat dann Schutz 4 auf dem Rüstung drauf. Und auf den Waffen Schärfe 5. Offen kann man Diaschwert mit Schärfe 5 haben und eine Diamant-Rüstung. Also, es ist ganz ein bisschen overpowered. Und vielleicht will da... Diamond Daniel PvP auch nochmal was dazu sagen. Nein. Wie es gerade einfach kam. Nein. Äh, ja. Ich versuch was wert, dir was zu entlocken. Unsere, die anderen! Aus dem Weg! Oh. Da war ja was. Ja. Haftig. Ich will doch nicht sterben, ich bin doch so jung. Wenn man habe ich einen... Oh, da kommt einer. Kommt einer? Nein, nein, gelber. Nein, nein, gelber. Ah, alles klar. Ah, ich sehe es, ich mache Suizid. Nee. Eigentlich nicht. Meins. Das ist voll okay. Oh, geht's gelber. Wir sind gelb, du Vollidiot. Ich meine, ich bin. Nach, die Grünen. Was ist das eigentlich? Hatte ich eigentlich nie in Ruhe leben oder so? Ich weiß, dass heute die Präzident war bei uns, sag ich. Äh. Und der, äh, der Grüne gewonnen hat. Der Ex-Grüne. Ja, gut. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich, ich tat nicht da rechte. Ach so, warum du mal gerade meinst. Warum reden wir jetzt über Politik in meinen Videos? Weiß ich nicht. Sobald Nachrichten geschaut, einmal im Leben. Nö. Ich muss ja so unbedingt den Diamantsbau-Neingang setzen. Ich überhole ihn. Ja. Äh, ich schon an. Ich mach ihn, ich schon an. Ah, okay. Ich glaube, ein paar Diamanten. Und ich muss jetzt ins Röntgen und den unbinden Diamantsbau-Neingang in der Mitte befreien. Ich komme, Diamantsbau-Negang und du bist Fall wieder frei. Äh, ja. Ach, Mann. Wie sagt ihr das jetzt überlebt? Ich find's lustig, wenn die Leute da runterfallen. So, einmal erstmal jemanden gekillt. Meiner? Ja. Ich saß dann mal nach unten und hier vielleicht mal einen Eizerstern, wenn noch niemand das eingebaut hat. Was ich allerdings glaube. Oh, hier unten hat es ja auch noch einen. Nice. Oh, mein Freund auch mal Probleme. So, ich Idioten. Ich sag's immer wieder. In welche Richtung müssen wir? Ich hab die Richtung vergessen. Goldspawner. Ja, richtige Richtung. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht habt ihr es schon gehört oder so. Ähm, in Fähren wollten wir eigentlich Realms-Projekt machen, aber das hat sich leider ein bisschen verschoben, da bei Luxars war ein bisschen Panne herrscht. Willst du upgraden oder hast du schon? Ich will upgraden. Ähm, Ja, deswegen, das müssen wir verschieben, aber das wird schon noch kommen, also. Die Welt ist eigentlich auch fertig. Das heißt, dem Projekt steht eigentlich gar nichts mehr im Wege. Außer, oh. Ja. Einem kleinen neuen Motherboard, das war's dann. Oder an der Rahmenarbeitung, dann funktioniert das Ganze wieder. Auf jeden Fall, tut's mir leid, dass es eine kleine Pause gab, und ich hoffe, ich werde jetzt in letzter Zeit, also in nächster Zeit, wieder ein bisschen aktiver werden. und ja, das wollte ich halt mal sagen, und nicht wundern, meine Stimme klingt, Achtung, da kommt ein Roter angeschwört. Komm, 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 ja, nachher ist er nur team aber einfach nur als lustig ist einfach bis die ehre ich komme so treu ich mache jetzt das mache jetzt nicht denn habe ich die ehrener ich bin man könnte bisher nicht geliebt so ein anderer ich brauche nur die ja Danke. Heal me, baby heal, heal me, baby heal me, heal me, baby heal me, dadadadadada. Ich sollte aufhören zu singen. Ich kann's nämlich nicht. Töme auf, den Diamantsborder zu bewahren, es nervt langsam. Ich bräuchte mein Paar, plötzlich. Ja, nimm! Und mache auf Level 3. ich habe dabei ist und stimmt aber auch gar keine Blöcke sollte es auch mal können geht doch und eine Spätacke meine okay das reicht okay die Kierke 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 die wollen mich verkackern drei Diamante lassen noch das wäre ganz nett und hätte Respekt einen einen noch einen einen ja ich habe eine Spitzhacke ja ich sage jetzt mehr nichts dazu und man kann sein mit Obsidian einbauen auch noch mal ein wichtiger Faktor auch für kurz okay ich könnte vielleicht noch ein bisschen Rüstungvertrag eine Bischung Böschere Eisenrüstung kostet zehn Diamanten pro Stück oder ja ja ich bin es ist ein bisschen der Mann pro Stück oder ja 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 5 ach 5 pro Stück nur ja auch gut es läuft nämlich noch ein Teil rum so immerhin das muss man auch noch mal dazu sagen aber gehen wir ein paar Eil um Eier zu stören das ganze ist ein englisches Server aber die ist nicht gehen nach funktioniert ja nicht leider m was auch immer die da gemacht haben ich die die damit erlägt die 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 ich habe eine spitzecke keine Sorge die 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 ich muss nur kurz gucken ich weiß gar nicht wo das Ei hier ist bestimmt ich hab's gefunden so jetzt muss ich nur noch hier rüberschleichen so liebes grüne Team alles Gute kommt von oben wie schon gesagt man kann es mit Obsidian zu bauen kommt von oben m 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 Tja, dein teammate hat dich eingebaut, Sir. Und flüchten hilft dir auch nichts, denn da ich komme immer durch, bleib stehen, hab dich. Ist da eines mit dem Kuhn noch in der Insel? Ähm, zwei Leben, einer lebt noch. Weißt du, ich habe noch in der Insel? Der ist noch in der Insel, ja. Deiner. Der, wo du davor warst. Ja, ich bin hier hinter dir, hallo. Ich weiß. Der ist noch da, der hat seine Kameraden eingesperrt, weil er nicht verrecken würde. Ja, den holte ich mir auch noch. Ich bin's, meine Fresse, Mann. Mein teammate, denke ich, will ihn angreifen. Ich komme mit, warte. Ich kann das vertragen, komm, ich habe gerade einen in der Volleisen mitten im Diaschwertblatt gemacht. Genau wie den da, den ich vorhin getötet habe. Wow. Geil. Wow. One hit. Beide. Ja, es wurde runtergeschlagen. Äh, nein. Runtergeschlagen. Nein, der hat mich runtergeschlagen. Wartschönt. Jetzt geht doch schon weg. Ich will nur drei Stück noch. Zwei. Eins. Go. Null. Gut, also. Armor. Gut, das geht einigermaßen. Ja, das reicht für's erste Mal. Dann mal gucken, was ich beim Gold zu abholen lässt. Und das Level 3. Gut. Ja, Leute, das ist halt, das ist Equals. Und ja, die Runden ziehen sich halt immer ein bisschen. Oh, ich muss mal schnell noch ein bisschen essen. Äh, wir sind immer noch, wir sind das einzige Team, was noch zu viert ist. Ich brauche jetzt nur noch zehn Stück. Hä, nur noch zehn. Leck mich. Level den lieber mal auf. Ja, will ich ja. Wie viel die auch aufs Neck? Ah, du kannst vergessen, in die Mitte zu kommen. Rot schießt uns mal ab. Warum gibt's eigentlich keine Rettungsplattform? Das ist der größte Scheiß. Ich hab's in die Mitte geschafft. All. Na, 60 FBS wie immer. Wenn ich aufnehme. Wie sieht's eigentlich deine FPS aus, nachdem ich dir deine Grafikeinstellung verbessert hab? Da ist das passiert. Das geht ja nicht mehr. Die Kraftkanzeln dafür brauchst du mehr als die dabei. Und das geht jetzt nicht, weil ich halt nicht so viel speicher Platz hab. Obwohl, ich hab gerade 20, 29, 19, 21. Komm, 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 gut. Ich hab immer um, äh, von 10 ungefähr 50. Ich hab die erst. 50. Bist du. Ja. Das geht ja noch. Ja, das ist deswegen auch die Fallen. Und den 1.9. Wie meinst du, das heißt 1.9 läuft für dich irgendwie besser, oder wie? Das läuft für alles besser. Ich sag jetzt nur einen dort ja jetzt mal nicht. Okay. Okay. Gerade ist mir schon jemand ab. Mürtaste. Oh, du hast dich auf die Mürtaste gesetzt. Das ist, äh, wie, der schöne Daniel schon gesagt hat. Ja. Ja. Kleiner Fail. Kann eben mal passieren. Kleiner. Kleiner Fail. Hast du zwei Diamanten für mich? Nein. Das ist so doof. Einer noch. Ja. Ja. Ja, dieser Stimmbruch. Ich höre. Ich höre nur noch ein Bogen. Kann ich schon nachgucken, wie viel Bogen kostet. Wie viel kostet man ein Chanteter Bogen? Ich glaube, 12 oder? 12 kostet ein Bier. Ja, Bogen kostet glaube ich 12, 15, 16 oder so. Nun, ich habe glaube ich 12, ich bin jetzt gerade aber nicht sicher. Bogen 8, das heißt ein Chanteter mit Schlag. Gönne ich mir auf jeden Fall mal. Dann kommt deshalb jetzt auf die Hand. Und Pfeile, die haben ja keine Unendlichkeit hier. Hubsa, falsches. Ich brauche das hier. Hier gibt es übrigens auch diese Spektralpfeile. Und die Langsamkeit. Und Langsamkeitstränke, ja. Danke, dass ich mir gerade meine... Ding mitgeklottert. Typ. Es geht. Ach, wisst ihr, Rot. Und du hast dich wieder auf die Minute zurückgelegt, oder? Nein. Ich war gerade nur sehr, sehr stil. Ich war gerade nur ein Pfeiler, Stil am Eis. Ja, Eis am Stil. Ha, Eis am Stil. Ha, Eis am Stil. Stil am Eis. Stil am Eis. Stil am Eis, Dinger. Und jetzt Leute, weil ich kein kleines Geheimnis zeugen, was man hier noch kaufen kann. Stil am Eis 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 am Ajo, ja gut, ich will nicht sein. Ich will nicht das gleiche. Ich sag nichts. Aaaaaaaain! Ja. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen. mit die nun gibt sie an der Köln ha immer einfach nie sagst dass ich wissen will um nicht bezüglich absoluten und wird ich darf und drehen musste dann ich komme jetzt auch noch alle gelben sind in der Mitte und noch zwei Rote in der Mitte nicht mehr lange er ist wieder da kapiert Grün existiert ja nicht mehr aber die Insel existiert noch und da ist ein Blauer danke für den Buß, Digga wow, so süß man uns alle mit dem Bogen hat hab ich auch grad gemerkt der Blauer hat mich mit dem Schlagbogen weggespammt wow, du Wixra, ich bin einer von deinem Team m ich war das ist ein äh, ich schwöre kein Bock mehr der Typ baut dort direkt vor mir in den Eingang zu Gott wir wissen nur von uns sind noch alle Spieler da und ich werde mir jetzt mal schnell ich überlege ob ich zum Blau rennen soll das ist ja das in der Mitte waren sie allerdings schon sonst hätte ich den Typ nicht bei Grün erwischt so, die auch nicht so nein ist nicht overpowering Modus das weiß ich glaube jetzt einfach mal ich kaufe mir noch einen Topf Pfeile ich kaufe mir noch einen Topf Pfeile einfach nur zur Sicherheit einfach nur zur Sicherheit wieviel kostet na, lag die 15 geil, den kann ich mir kaufen die kann ich vielleicht zum Backspam brauchen ich kann auch noch dran erinnern muss Leute die Blöcke die man hier abbaut trocken nicht das heißt ihr könnt euch nicht hochstecken und dann abbauen wieder was äh, also abbauen die Blöcke aufnehmen und ausdecken damit das geht hier nicht leider das wäre vielleicht also wenn ich versucht zu blau gehen sollte zu blau zu gehen sollte ich vielleicht auch Blöcke dabei haben Blöcke 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 die können hier lebensrechtlich sein ja hm, neun ja, neun alles klar ich weiß Leute, das Video ist vielleicht ein bisschen länger aber er kann sich hier in Stufen angucken das heißt da mal ein bisschen, hier mal ein bisschen aber ich will auch mal, weil ich mache normalerweise immer mache ich immer so kurze Videos und ja, kurz kann man jetzt auch nicht sagen, aber ja, ich mag's halt nicht ich will auch mal etwas längere Videos machen ja, jetzt kann ich zu blau gehen die haben ja auch Barock, schön gesetzt, die haben schön hohen Weg, wo man nur mit Blöcke hinkommt hey, die haben unseren Weg gesprengt hey, die haben unseren Weg gesprengt unsere Team mit haben unseren Weg gesprengt, obwohl ich mich grad zu blau bauen wollte, mann alle zu blau alle zu blau das ist einfach ein paar Blöcke das ist einfach ein paar Blöcke das ist einfach ein paar Blöcke Team Rot Team Rot sieht, dass wir blau angreifen wollen und schießt mich runter Ja Wollen die mich verkackt eiern Blau hat dich unter die Faden Wir müssen zur Base von Rot, da steht ein Blauer Sonst hätte der mich nämlich nicht runterschießen können Wird kalt umso unter Höschen So, besser Ich hasse das Leben Hast du auch den Tod? Nee Kapiert, nicht hassen, sondern hasst Mit A-S-T Hast Haben Best anwitzigkeit Mehr fällt mir dazu nicht ein Ja, tadaaa Ahh Damn, 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 tan Ook Jakob Damn, 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 spam, damn Hast du noch Essen dabei? Ja, ich reiche mich da wo das deuxième dollar Ja, ich freue mich Identしい Jetzt wir eben Мы auch gleicher Plan zu kräftigen gekriegt wie viele bestätigen ganz viele ich weiß nicht Prozent auch und montantin portal portal und Ich kann nicht sprinten, weil ich kein Essen mehr habe. Danke aber auch. Ja, der, jetzt mach's doch, du. Es gibt keinen Weg mehr nach zurück, ohne dass die Roten uns terrorisieren. Kannst du mal den Weg wieder hinbauen? Oder bau dem Typ den Weg unter den Füßen ab, ich will zurückkommen. Jetzt tu doch mal was. Ich seh dich da hinten rumstehen. So darf ich zu dir? Jetzt tu doch was. Ich hab keine, ich hab nur noch drei Herzen und hab kein Essen. Jetzt hab ich noch, ja der Typ baut einfach den Weg ab. Ufff! Hu-teh-teh! O-o-o-o! Schiff, Schiff, Schiff. ist in Zukunft wo auch mal den Weg zur Mitte wieder hin in Baden abgebaut und deswegen bin ich gestorben m der Typ ist so ein Idiot und so ich hätte es geschafft ich hatte außerdem hatte ich 70 Dias dabei aber lassen nicht 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 Körbeide Wäbel und Wäbel Körbeide Wäbel Körbeide der Weg ist es einfach nicht mehr dieser Vollidiot warum Wasser was hat er was sollte das ich weiß nicht was das gerade hätte was das was das gerade werben sollte ich hatte voll Equip ich werde den Typ jetzt auch mal ärgern ich werde den Typ jetzt mal richtig abfacken ich auch nimm es mir nicht übel du musst jetzt nicht mehr in die Mitte kommen wenn der Typ in der Mitte ist ich weiß was ich weiß was richtig genial ist wenn der Typ jetzt wieder in die Mitte läuft bei euch dem seinen Weg ab und geht bitte zum Diamantenspawner Daniel da wartet ne hübsche hallo hallo friss Wand du Idiot ich hab genug Dias ich bin sauer und geb keine ab deswegen oh ich hab jetzt auch dir ach Gott ja auch geil jetzt machst du das gleiche mit mir wow wow d ich hoffe er verreckt jetzt aus dem Kiff und Klicks Bama auch blau ja hast du ihn Leider ein echtes Kraut in seinem Leben Ich bin tot Ja alle Rette das war eine Runde Eggboss und Ciao, Ciao Hallo Sagst du auch mal Tschüss? Na Also, Ciao Leute und haut rein